Hallo, hier ist Miriam. Ich darf mit Licht im Osten hier in Nordmoldawien ein soziales Projekt unterstützen. Bist du schon überlegen, wie du deine Liebsten zu Weihnachten beschenken möchtest? Hier im Osten ist das leider für die meisten Leute keine Frage, die sie sich stellen dürfen, denn sie sind von sehr grosser Armut betroffen. Wenn aber du genau diese Leute beschenken möchtest, dann kannst du das ganz einfach mit der Aktion Weihnachtspäckchen. Mach mit deinen Freunden oder deiner Familie oder der Kirche ein Päckchen und gib das an einer Sammelstelle ab, die in deiner Nähe ist. Sie sind überall in der Schweiz verteilt. Danke viel, vielmals für alles, was du tust und wo du mithilfst. Ich danke dir von ganzem Herzen und die Leute, Familie und Kinder hier genauso.